Ich will gar nicht viel sagen, außer dass sie das letzte Drittel oder die letzten 18 Minuten absolut peinlich von uns waren, wie wir uns hier herspielen haben lassen. Das hat, glaube ich, so ein bisschen die ganze Saison wieder gespiegelt. War eine absolute Frechheit, das letzte Drittel. Ich meine, es ist natürlich anstrengend, so ein Back-to-Back-Spiel, aber nichtsdestotrotz, Mannheim hat neun Trainer, neun Trainer, jeder will sich beweisen. Nichtsdestotrotz, wie schon gesagt, war es einfach peinlich. Mehr oder weniger das ganze Spiel war peinlich und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.